Hallo, willkommen in einem neuen Vlog von mir. Heute werde ich das Geschenk von meiner Freundin auspacken, den meine Freundin mir geschenkt hat für meinen Geburtstag. Und bis gleich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und bis gleich! Ich will erst mal mich entschuldigen bei euch, dass ich heute nicht so viel gedreht habe. Aber wie ihr wisst, ich habe heute meinen Geburtstag. Ich bin endlich 17 geworden. Und ich wollte ein bisschen Zeit mit meiner Familie verbringen. Und mit meinen Freunden, meinen Brüdern. Und deswegen habe ich auch nicht viel gedreht, weil viele wollen auch nicht gedreht werden. Deswegen, mein Tag war wunderschön heute. Ein schöner, verbrachter Tag mit meiner Familie. Und bis zum nächsten Mal.